Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Totally Motion Wasting. Wir sind endlich wieder bei der deutschen Sprache angekommen. Schauen wir mal, treten Sie das Gaspedal durch, werden Sie durch dieses Ovalrasen. Ja, ich fürchte, das wird schwerer als gehofft, ja. Hier was, kämpfen Sie auf drei Kontinenten um den Sieg. Nicht schlecht. Gut, Bonuswagen, fahren Sie mit den Bonusprototypen im Monster auf einer sehr vollen Strecke. Ja. Das ist der Neuling, können Sie ihm den Weg zum Sieg zeigen? Der ist böse. Klassischer Ausdauerring. Sind Sie bereit? Klar. Sind Sie auch gut genug, um hier zu gewinnen? Sie haben den gleichen Motor, aber zwei Wagen könnten nicht unterschiedlich sein. Wer ist schneller? Ja, Bentley. Gut, treten Sie das Oval durch und wir nehmen wieder den Listerstorm, weil, äh, ich vermute mal, dass der andere wieder nur Futter sein wird. Schauen wir mal, wie viele wir gleich überspringen können. Ich denke mal, dass wir wieder volles Grid fahren. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Ähm, weil ich da dann den anderen Lister aufhalten könnten, sodass wir überhaupt eine Chance hatten. Gleich dreht er sich, wetten? Weil hier kann man sich nicht drehen. Das habe ich nicht schon geschafft. Das ist die Qualifizierungsrunde. Also fahr wie der Teufel. Ach, Graeme Johnson, du bist wieder da. Ah, dann muss ich ja gewinnen. Geil. Ah, perfekt. Ja, der Graeme Johnson, mit dem ist das natürlich alles ein Kinderspiel. Wenn der mir hilft, brauchen wir da gerade drüber nachdenken, ja. Sister, sag ich doch, kaum ist Graeme Johnson da, geht alles perfekt, ja. Lister Pro, ja, alle. Pillbeam Dome. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Kein Kanonenfutter. Kein Kanonenfutter. Kein Kanonenfutter. Kein Kanonenfutter, dass die irgendwie aufhalten könnte? Ihr seid so gemein. Toll. Ah, scheiße. Danke. Ich brauche einen Rückspiegel, glaube ich. Schlechte Idee. Hand heißt er auch wieder. Oh Gott. Du hast mit der schnellsten Runde des Rennens, ein anderer Fahrer hat die schnellste Runde vorgelegt. Ja, aber es ist nicht der Pillbeam, der sie im Moment trägt. Das ist ja nun mal nicht schlecht, ja. Ja, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Bei einer halben Minute Runde Zeit sind das 25 Minuten. Also im Endeffekt, ja, das ist ein Part. Nicht schlecht. Ja, neuer Rundenrekord. Ach, scheiße. Hm, das wird immer schwerer, die neuen Rundenrekorde zu schlagen. Warum wird das nicht leichter? Ist gemein. Ich fahre aber auch total beschissen heute. Naja, es ist immerhin der letzte, das letzte Rennen, das ich im Pillbeam fahre. Von daher, das verleiht mir schon Flügel. Ey, Pillbeam. Ja, ich sage immer Pillbeam. Entschuldigung, Lister. Ja. Im Lister fahre ich kein anderes Rennen erstmal wieder. Dann habe ich den aber auch mehr als genug gefahren. Aber du kannst hier mit anderen Wagen gar nicht gegen den gewinnen. Das ist unmöglich. Das finde ich irre. Und schade vor allem. Aber auch irre. Du hast die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Es schlägt hier auch keiner mehr. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Es sieht danach aus, als ob ich auch ohne Kanonenfutter gut und souverän gewinnen kann. Zumindest diese Strecke bin ich dem Kerl überlegen. Hunt. Schon wieder Hunt, ey. Hunt hatte ich erst gehabt. Ja, Hunt war voll der Arsch. Aber Lima war noch schlimmer, weil der hat meine Fehler ausgenutzt. Jetzt war er kurz davor, sich zu drehen. Wieder 26. Das ist gut. Solange wir durchgehend auf 26 fahren, kann uns egal sein, was die anderen machen. Trotzdem, falls ihr übrigens tatsächlich stark genug seid, um dieses Auto, den Lister, mit einem anderen Wagen zu schlagen, dann dürft ihr das gerne mal aufnehmen und mir irgendwie zusenden. Ja, das würde mich mal ewig interessieren. Ihr würdet sogar auf meinen Channel hochgeladen werden. Da erreicht ihr dann 71 Abonnenten und wie viele Aufrufe habe ich? Knapp an die 10.000, ja. Jetzt hat man gesehen vielleicht, dass es leicht geschlittert hat. Das ist genau das Problem, was man hier haben könnte. Wenn man über diese weiße Linie fährt, kann er anfangen zu schlittern und sich zu drehen. Und das ist das eine Problem, das hier kommen könnte. Daher maximal nah an die weiße Linie ran eigentlich. Durchgehend in den 26. Das war schon wieder zu nah eigentlich. Und so geht das dann halt durch. Wenn man sich nicht ein einziges Mal dreht oder verfährt, dann ist alles super. Fragt mich nur, warum Perfektionist nicht freigeschaltet wird. Ist das wirklich ein Karriere-only-Modus, der nur kommt, wenn man in der Karriere fährt und gewinnt? Das wäre ja ganz schön scheiße, ja. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Das sieht nach souveräner Sich aus. Ja, nach 5 Minuten sind wir schon so eindeutig weit vorne. Gleich überrunden wir die das erste Mal. Das geht schon. Ich hoffe mal, dass die... Ja, der Pilgrim kommt in den anderen Modi nicht vor. Das ist das Gute. Äh, der Herr Lister, Entschuldigung. Ah! Du bist der Lister! Lister, Lister, Lister. Das ist übrigens auch genau das Problem, das wir mit der Schlechtschreibreform haben. Beziehungsweise nicht der Schlechtschreibreform, sondern dieser neuen Methode des Schreibenlernens. Von wegen, schreib erstmal so, wie du das hörst oder wie du das sprichst, ja. Und wie du willst. Und später bringen wir dir bei, dass das alles falsch war und eigentlich total anders sein muss, ja. Wenn ich meine Kinder habe, ich werde die... Also, wenn ich mal Kinder habe oder kriegen sollte, ja. Falls ich mal Kinder kriege. Ich, der, der, der schön weibliche Strohi. Ähm. Dann werde ich die korrigieren. Durchgehend, ja. Und dann sagt der Lehrer, nein, machen sie das nicht. Dann sage ich, fick dich, Bitch. Und dann, ähm. Dann korrigiere ich den, dass der gleich schreiben lernt. Das ist für seine Zukunft, wird ihm das frei helfen wie blöd. Und, oder, irre. Ich weiß ja nicht, was ich mal für Kinder kriege. Ich hoffe doch mal sehr, dass ich Kinder kriege. Ich hoffe doch mal sehr, dass ich keine Kinder kriege, sondern meine Frau Kinder kriegen wird. Ähm. Aber das ist genau das, was passieren wird. Und ich werde mir da auch eine Frau suchen, die da entsprechend genauso dahinter ist. Und das ist super, ey. Das ist halt das, was mir nicht passieren darf. Aber immerhin, schaut euch an. So muss man das fahren, ja. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir Vorletzter wären. Dabei sind wir Erster. Oh mein Gott, das ist awesome. Juhu. Durchgehend, 26 Sekunden. Ah, das waren 27 einmal. Schade. Guckt mal, wie weit der List da hinten ist. Ist das peinlich, Mann. Abgeschlagen. Das komplette Fahrerfeld hat er vor sich. Jetzt sind wir wieder in den 26. Da, wo wir hingehören. Sorry, Dome. Du müsstest ein Dome sein. Davor müsste der Panos sein. Zweimal. Ja, Panos und Dome. Ne, das ist, das, 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 nein, das ist ja der, Entschuldigung, das ist ja der Pillbeam. Und das ist genau dieses Problem. Er rutscht halt ein bisschen. Aber mein Gott. Mir doch egal. Solange der andere sich nicht mehr annähert, ist das total in Ordnung, ja. Die kriege ich auch noch. Habe ich kein Problem damit. 28. Peinlich. Das darf mit dem Auto eigentlich nicht geschehen. Ja, diesmal ist mir der Fehler nicht passiert. Ich habe, wenn ich Autos überholen muss, dann habe ich immer Probleme. Das ist so das eine Problem. Jetzt werde ich wieder ewig lang, ewig gut fahren. Oder auch nicht. Und dann, bis ich die wieder überrunden muss. Ja, wenn das so weitergeht, könnte ich vielleicht sogar in den Handeimer überrunden. Ey, das wäre so awesome. Den wichse einfach mal überrunden. Das würde ich feiern, bis zum geht nicht mehr. Mittlerweile sind wir fast genau ein Streckenabschnitt vorhand, ja. Das ist nicht schlecht. Wenn es noch ein bisschen weiter geht, dann sind wir durchgehend ein Streckenabschnitt vorhand. Und dann kommen die eben weiter. Ja, jetzt sind wir vorhand. Ein Streckenabschnitt. Awesome. Und der muss ja jetzt erstmal die anderen überholen. Oh, oh. Das wird für ihn vermutlich ziemlich einfach, aber er wird es nicht schaffen, hoffe ich. Ja, jetzt mittlerweile sind wir durchgehend ein Streckenabschnitt vorhand. Und der Abstand nimmt zu. Nicht schlecht. Ja, Hand hängt jetzt gleich am Dome. Anschließend am anderen Dome und an den beiden Panos. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir so sehr. Und jetzt stellt euch mal vor, wir sollten das mit dem Pillbeam schaffen. Ha, 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 ha. Ha, ha, das können vielleicht Götter, aber ich nicht. Zwei Lister mit einem Pillbeam. Nie im Leben. Wie gesagt, wenn das einer von euch schafft, zeigt mir das Video. Ich werde es hochladen und veröffentlichen. Und ich werde euch loben, ja. Ich werde euch loben. Sehr. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeiner schafft. Es muss nicht mal mehr gute Qualität sein. Ich will das einfach nur sehen, dass das wirklich geht. Weil ich das nicht glauben kann. Boah, ey. Alter, zehn Minuten und fast die Hälfte geschafft. Ja, saugeil. Naja, das wird ein Part. Ein Part wird das. Und ich finde das so schön. Endlich mal mit diesem Auto wirklich sicher erst da. Auch geil. Glaubwolle 15 Sekunden. Ja, wo hängt er denn? Der hängt doch, ey, der hängt nicht ernsthaft immer noch am Dome. Ich lache mich tot. Jetzt hat er einen Dome, hä? Ne. Doch, ja, nein. Weiß es nicht. Muss mal gucken, wann die Punkte da über die Ziellinie kommen. Doch, aber das kommt hin. Das kommt hin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Uhuhu. Jetzt wäre ein Boxenstopp eigentlich angebracht. Aber das traue ich mir dann doch nicht. So, schauen wir mal. Welcher dieser Punkte muss über die Ziellinie kommen? Der erste nicht, der zweite nicht, der dritte nicht. Ey, das ist ernsthaft. Ihr habt immer noch nicht an irgendeinem dieser Wagen vorbei. Oh Gott, ist das geil. Oh mein Gott, wie ich das gerade feiere. Diese Demütigung, die er sich aber auch reglich verdient hat. Ich hole dich. Ich hole dich, mein Freund. Und dann knallt's. Bleib ruhig hinter dem Dome. Habe ich nichts dagegen. Aber interessant, dass sie den so lange nicht vorbeikommen lassen. Haben die ernsthaft gedacht, dass es für den Spieler unmöglich ist, das hier irgendwie zu schaffen? Das ist vielleicht für die Pillbeam-Fahrer oder was. Dass die Liste eine Zeit lang hier dranhängt, damit die Pillbeams eine Chance haben, eine realistische. Das würde ich sofort glauben, dass die das machen. Ja, mir soll das recht sein. Mir soll das nur recht sein. So, machen wir die Emotionen mal wieder an, dass wir sie als zusätzliche Motivation sehen können. Gleich vielleicht. Da hinten sind sie ja. Ja. Ah, noch sehen wir sie nur mit angeschaltenen Emotionen. Also ein bisschen ist es noch. Aber ich krieg dich. Wenn der Dome nicht blöd ist, dann krieg ich dich. Boah, wär das so geil. Das wär so ultra genial. Nach zwölf Runden 25... Äh, nach zwölf Minuten 25 Runden. Nicht schlecht. Na okay, es wären wohl 13 Minuten. Aber... Nicht schlecht. Ah, jetzt hat er ihn, glaube ich. Schade. Ah, du hast deine Sache saugut gemacht, Dome. Ich bin so ultra stolz auf dich. Endlich bist du mal was wert. Ja, jetzt zieht er vorbei. Schade. Müsste der sein, ne? Ne? Nein, es ist der vor uns. Ja, ich lach mich tot. Ich muss nur an dem vorbei. Oh, ist das geil. Und... Ha, 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 ha. Komm her, du Kleiner. Ja. Komm schon. Ich will dich demütigen. Und es ist erst die Hälfte rum. Gedemütigt. Ha, ha, ha. Sehr geil. Sehr geil. Minus eine Runde. Okay. Das fühle ich mich ja fast schon wieder verfolgt. Ah, das mache ich vielleicht auf einer geraden Strecke wieder. Nein, er ist noch nicht da. Und mit etwas Glück kriege ich den jetzt noch ein paar Mal. Boah, wäre das awesome. Aber interessant, das scheint echt ein ganz schöner Fail zu sein. Ich meine, der muss doch da locker vorbeikommen. Guck mal, wie breit die Straße ist. Der muss da ganz eindeutig vorbeikommen, ja? Ich meine nicht, dass ich da was dagegen hätte. Ist auf jeden Fall interessant zu wissen, wenn du es schaffst, dass ein oder zwei Pilbigen den überholen können oder einen Dome sogar, ja? Musst du am Anfang also nur an die Wand drängeln. Dann hast du sogar mit einem Pilbim eine Chance. Also beide musst du an die Wand drängen. Das könnte tatsächlich doch wieder schwierig werden, ja? Und mit Taktik, glaube ich, kann man das Teil sogar mit einem Pilbim gewinnen. Ja, und den Pilbim, den muss ich euch irgendwann mal zeigen. Der hat noch nicht eine Chance gehabt, sich in einem zweiten Cup zu beweisen. Das ist ziemlich kacke, ja? Weil ich hätte den schon ein paar Mal fahren können. Aber dann hätte ich ja jedes Mal verloren. Weil Liste halt leider schon da war, als die ganzen Bonus-Car-Cups kamen, ja? Und der Liste ist halt leider overpowered bis zum Gehtnichtmehr. Ultrageil. So, welcher von denen ist es? Okay, eine der drei letzten immer noch. Das ist so lustig. Soweit ich das gesehen habe, immer noch der vorletzte. Also wir können den vielleicht sogar nochmal überrunden. Oh mein Gott, das wäre so awesome. Wie ich das feiern würde. Ich feiere das gerade einfach extrem, ja? Ja, das ist so verdient. Eigentlich hätte ich jetzt nochmal Bock auf den technischen Teil in der Mitte. Meine Fresse. Und dann nur noch dieses Champion-Car noch einmal. Und dann halt die ganzen Folgen zum Codieren einstellen und so. Und morgen habe ich ein bisschen Spaß, ja? Oh, ich muss ja dann auch das Nachfolgeprojekt von Fakoy aufnehmen, ja? Das übrigens Pokémon ist. Ich glaube, ich habe das aber schon mal gesagt, ja? Ja, aber bei drei Tagen habt ihr das erst rausgekriegt, als es eh schon lief, ja? Ah, Diablo wird ja dann, ähm, das ist auch ganz interessant. Diablo kommt ja auf den Daily Slot, ja? Das heißt, ab sofort gibt es täglich Diablo und alle zwei Tage Pokémon. Weil, ja, werde ich dann auch, habe ich ja schon erklärt im Video. Also, dass jetzt noch nicht mal mehr aufgenommen wurde, aber das kriegt ihr noch zu sehen. Und zwar liegt das halt einfach daran, weil, äh, ja, das tägliche Pokémon-Projekt, das läuft halt mit getriggerten Ereignen. Ich habe keinen Bock, die Uhrzeit auf der Wii umzustellen, ja? Das ist ein nächstes Problem. Im Endeffekt, diese Uhrzeit von der Wii, die ist da ziemlich wichtig. Ich finde das gerade so awesome. Ich feiere das echt mal hart. Ich glaube, jetzt ist er mittlerweile beim Pillbeam vorne. Guck mal, wer... Der bremst aber vor der Ziellinie auch immer nochmal ab, ja? Dass du ja nicht weißt, welcher von beiden jetzt der ist. Ist ja mal voll gemein. Hm, schön Vollgas geben. Düdüdü, düdü, düdü, düdü. Alter, 17 Minuten auf 15 Runden, ey. Kommen wir hier überhaupt auf die 20 Minuten? Scheiße. Wäre ich nochmal Training gefahren. Fuck. Na, 006, 005 weiter. Also das sind schon gute Zeiten. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das mit dem Auto total scheiße, so zu fahren, diese Zeit. Weil das Auto deutlich besser wäre, aber, hm, war mir eigentlich egal. Da wir ihn eh überrundet haben, machen wir jetzt mal die Emotionen aus. Ist ja eh wurscht. Sau geil. Mega geil. Das ist eine dieser Sachen, die man feiern kann. Oder die ich feiern könnte, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Mega awesome. Das eine sage ich, aber wenn die Herausforderung fertig ist, dann, äh, den letzten Schwall an Videos nehme ich vermutlich, äh, dann anders auf. Ich muss auch mal gucken, wie ich das mache. Ich wollte von jedem Auto ja nochmal Cockpit, äh, Innenansicht, Außenansicht zeigen. Vielleicht in einer Runde am besten. Ähm. Da ist auch nochmal einiges an Zeit, was da drauf geht. Von daher, hm, mal gucken. So, welcher von euch ist jetzt mein Konkurrent? Immer noch der hinter den beiden Pillbeams, oder? Ist ja mal awesome, bis zum Gehtnichtmehr. Scheiße. Weiter, weiter, weiter. Tja, Hand, es bringt dir alles nichts. Mich wird man... Nein! Das ist genau das, was ich meinte. Da schlittert er dann. Das darf er nicht. Hätte ich doch mal nochmal einmal überrunden können. Fick dich. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, der ist immer noch... Hat noch beide Pillbeams vorne, äh, vor sich. Ich lach mich tot. Der kommt nicht an denen vorbei. Das ist ewig lustig. Zwei Runden. Ha, ha, ha. Oh mein Gott. Geil. Ich hab eine Liste überrundet. Zweimal, dass ich das noch erleben darf. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, scheiße. Das war ein Fehler. Weil das hilft ihm möglicherweise weiter. Die jetzt alle zu überholen. Nein, nein, sie halten ihn hinten. Ha, ha, das ist fast geil. Oh mein Gott. Oh, ich seh sie auch schon gar nicht mehr. Nein. Nein. Es war tatsächlich falsch von mir. Scheiße. Also, dritte Überrundung leider schief gegangen. Pech. Hätte ich das gewusst. Ah, ärgerlich. Nee, ein viertes Mal würde er die vielleicht erreichen, aber, äh, ein zweites Mal würde er die vielleicht erreichen, aber das bringt ja nichts. Trotzdem, ich bin zweit und von vorne, du Schleimer, du Kleiner, du. Das macht mir Spaß. Nee, warte, hä? Die Minus-zwei-Runden kamen jetzt viel zu spät. Der ist immer noch in dieser Dreiergruppe drin. Ja, ich lache mich verreckt. Ha, ha, ha. Es hat ihn nicht gerettet. Es hat ihn nicht gerettet. Das ist ein Pillenbeam, der da diesen Unterschied hat. Ja, la, la, leck mich. Schade. Shit, shit, shit. Pass auf, wenn der jetzt über die Ziellinie kommt. Das ist nicht der. Der ist, der hat sogar eine Position verloren durch das. Ah, ha, ha, ist das geil. Oh mein Gott. Geil, geil, geil. Das freut mich gerade ewig. Tja, Erzkonkurrent Hand. Du bist, du hast die Arschkarte. Weil du zu blöd bist zum Autofahren, ja? Selbst wenn du trotzdem immer noch Zweiter bist. Ich bin besser. Gott, ist das geil, ey. OMFG. Hm, 0,01 Sekunden langsamer. Schade. Hoppala. Ja, kann mal passieren. Ist mir eigentlich egal. Weil das Ding ist sicher gewonnen. Eine Folge und der letzte ist dann auch noch vorbei. Ja, wobei, wahrscheinlich dauert der wieder zwei oder drei Folgen, weil das bestimmt jetzt wieder ewig lang ist so. Hey, Ende. Ende. Vielleicht läuft der auch nur einmal auf Rockingham und einmal auf Rockingham Oval. Das wäre auch möglich. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Leider. Hm. Ich muss halt gucken, dass ich die Far Cry Folge noch vor morgen hochkriege. Und veröffentlicht kriege. Weil, äh. Oder geplant kriege, weil sonst kommt die wieder nicht. Scheiße. Der Dome ist auch wieder total gearscht. Ja, wie der Panos im GTS. Irgendwie ist das lustig. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich ist das traurig. So, und in nur mehr eineinhalb Minuten haben wir den letzten Pro Cup gewissermaßen gewonnen. Ähm, der letzte ist ja dann fast schon Formel 1 oder Formel 4 oder Formel 3. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Sieht man da dann schon, ähm, Autos fahren, die ein bisschen anders aussehen als der da. Deswegen, sag ich mal, der letzte Pro Cup ist damit vorbei. Okay, in ungefähr gleich einer Runde. Ja, für die Überrundung reicht es nicht mehr. Sehr schade, aber trotzdem zweimal überrundet. So verdient. So verdient. Dafür, dass du sonst immer das schnellere Auto hast. Jetzt habe ich dich mal geschlagen. Dass das aber heißt, ja. Ja. Ich leiste mir jetzt mal einen Joke. Das musste jetzt mal sein. Wow, fahren wir langsam. Nicht, dass die ihre Überrundung rückgängig machen. Komm schon. Ein tolles Rennen. Bleibt einfach stehen. Das ist geil. Jawohl. Ach, schön. Habe ich das R? Ja, ich habe das R. Sehr schön. Saugeil. 40 Sekunden. Jawohl. Demütigung, Hand. Demütigung. GTS, keiner. GT, keiner. Pro, alle. Jawohl. Yes. Wir sind Erster. Und da ist es. Eins der schnellsten Rennen überhaupt. Rockingham Oval. Minato City. Rockingham. Hm. Springfield auch. Okay, Springfield haben wir sicher. Wie ist denn das jetzt? Habe ich denn jetzt endlich hier... Muss ich da jetzt ernsthaft jedes Mal... Ach, komm, ey. Na, egal. Ich würde mal sagen, eine Folge ist es wohl scheinbar noch. Ich denke nicht, dass ich das auf drei Folgen gestreckt kriege. Außer ich verkacke natürlich mal wieder. Aber wir fahren mit dem Hersteller. Ne, ich rocken Helm. Champions Car. Wie auch immer das Ding heißt, ja. Und es ist der letzte Cup. Der aller, aller, allerletzte Cup, den wir in diesem Let's Play fahren. Danach, äh... Zeige ich nur noch das Zeitrennen ein bisschen. Und die Einzelrennen. Auch den hier. Haha. Und dann ist das Let's Play durch. Ich lach mich tot, dass das so lange dauern würde. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber nicht schlecht. Beziehungsweise, ich hatte eigentlich gedacht, dass es noch länger dauert. Was sind wir jetzt? Wir sind vielleicht bei Folge 83 oder so. Also, das geht eigentlich noch. Ja, ich meine, 83 Folgen. Da habe ich schon längere Let's Plays gehabt. Hustus Gothic. Hust, hust. Ja, aber aktuell ist Totally Machine Racing damit tatsächlich das zweitlängste. Wow. Cool. Die alten Spiele hatten scheinbar echt mehr Content als die neuen. Ja, wobei Farquay ist auch alt. Das ist... Wie viele Folgen hat es? Ich glaube, ich weiß gar nicht. 57 oder so hat es gehabt, ja. Äh, Octodate hatte 6. Ja, aber das ist auch neu. Genitors ist auch schon ein bisschen älter als von 2009. Das hatte 47, ja. Na, geht schon. Auf jeden Fall würde ich sagen, falls es die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso bei einem Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Totally Machine Racing. Bis dahin. Servus. Servus.